alle leute willkommen zu destiny pvp eisenbanner mit meinem absoluten lieblingsbonus vorherrschaft so eisenbanner wissen alle level vorteile sind aktiviert das heißt dort laufen die ganzen leute mit 400 licht rum ich werde wie wir alle sehen können mit 368 licht rumlaufen heißt im klartext ich werde auf die fresse bekommen geil also ich kann mich teilweise noch werden das wird auf jeden fall mal ein experiment so wie weit schaffe ich das gut werde ich also ich habe mich schon eingespielt es läuft scheiße wirklich okay okay mal sehen wie es wird so nach ewiger wartezeit ist endlich mal match gefunden also genug spieler ich habe den typen wer da links über mir fliegt er hat das schiff von der neuen monarchie das ich so unbedingt haben will falls es wirklich genau das ist ich kann es gerade nicht genauer kennen aber nee das ist es ist es nicht oder nee doch doch das ist es auch komm schon warum hat er das ich will das haben was haben die einheit für schiffe meins in recolor ok letzter ausweg ich da denke venus ok zeit aufs maul zu kriegen hier ich setze mir noch mal kurz so soll mal ruhig rucksack ok so so wer es nicht weiß vorher schafft heißt man tötet einen und er lässt ein so genanntes signum fallen sammelt einer aus dem selben team dieses signum auf also von dem der gestorben ist wird das signum dem gegner verweigert das ziel ist es vom gegner so viele signum wie möglich einzusammeln also man selbst kann natürlich auch das von dem dem aktor hat einsammeln so und das ist das ziel töten signums einsammeln für mich als schwächling abstauben nein nein also ich werde natürlich noch versuchen hier normal irgendwie was zu machen aber ich bin kritisch wirklich wir sind hier im eisenbahner ich bin locker der schwächste des jahrhunderts der hier antritt hey typ ich folge dir einfach mal ein bisschen jäger buch 9 erwartete stöhlich aber noch verschrocken ich habe immer gleich durch gesehen ich glaube festzustellen dass ihr am anfang speziale auf munition hat wann fehler Fusionsgewehr ist fucking klar Junge Elfer bist ich Elfer bist ich Lebt er noch? Ah als ob Führung verloren Okay Yay Okay Ich hoffe ich kriege meine Schrufe diesmal ein bisschen mehr hin Oh shit Okay Bleibt mal radar wie man es angezeigt Schlecht mit daher Just to be seen Just be sneaky Sneaky Oh mein Gott Das hat funktioniert Was Wieso hat das gekillt? Ich glaube der Typ war einfach AFK und ich hatte gerade dieses monströse Glück Get wrecked Das Ding ist An Eisenbanner Levelvorteile sind aktiviert Man kriegt auf die Fresse Wenn man nicht level Hopmann Wenn ich level 40 ist und 400 Licht hat Ich würde sogar meinen T-Mails überlassen Grundsätze Aber Da stehe ich vor dem Problem dass ich meine Drecksquests nicht abgeschlossen habe Ich habe geknallt Ich habe geknallt Sehr schön Irgendwer holt sich die Sieg Ich habe geknommen Yep Wow Ist das Ist das Warlock Was soll das? Komm schon Hey Gullis Ehrlich ist das Wedge Es ist zu viel verlangt Okay Hier gibt es anscheinend Richtig hack auf die Fresse Äh Wollte ich sagen Willst du sie 7 Da nicht aufheben Ich würde den Feind Das nicht so überlassen Wollen Fuck Er hat den High Wow Es gibt Blank Granaten Das wusste ich gar nicht Okay Ich habe kein Credit Ich weiß nicht wie viel ich schon habe Ich weiß nur Ich brauche insgesamt 50 Also nicht in einem Spiel oder so Aber Okay wir sind im Raum Das wäre egal Der Dreckskrab Ich bin so hart hoch ne Ich sollte wahrscheinlich aufhören Auf meine Schrotflinte zu vertrauen Das wäre auf jeden Fall ne Idee Das wäre auf jeden Fall ne Idee Das ist schon wieder passiert Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe nicht ganz mitgezählt Ich bin Wenn ich richtig liege Eine weitere Chance Äh Wow 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 Fuck Was Was Ich habe ihn noch Als ob mein Rauch ihn noch gekillt hat Mein Rauch macht Ey Mein Rauch macht minimal entschieden Wirklich Minimal Da er Leichen so eingestellt habe Dass er mich unsicht Nicht auf mein Verbind unsichtbar macht Schwere Munition Noch 5 Minuten Nein 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 Boah Ey Jure schwere Munition Ich habe hier gar nichts gebracht Schönes Ding Schönes Ding Erschmelzige Rücknahme Ja sehr schön Mein Buch des Triumphes Ja Ja Das haben sie nicht kommen sehen Ihre Würde gehört ihm Boah In die Fresse Oh mein Gott Wie er runterkommt Und ich habe noch Direkt vor sein Gesicht Er ist mal die Bogenspanne Pfff Warte Was Also Wenn ich gerade den kill Friedrich gewesen habe Ist er durch mich gestorben Das Symbol war mir für den Für diese Klasse allerdings Komplett unbekannt Weil jetzt nicht das Merk Kampstum wohl war Ei Kontakt Polizei hier Machen Sie mal auf die Stube hier Ei Zugkontrolle Wo wolltest du nennen heute Okay Ich gehe wieder So Na gucken Acht Oh mein Gott Ich Alter Ich will gerade sagen Ich gehe ja doch ganz schön ab Und verreck Es ist einfach so ein Klassiker Jede Videospiel Immer wenn man pvp spielt Wenn man einmal Wenn einem auffällt So oh ich bin nicht so schlecht Und man sagt es Dann verreckt man einfach Sofort Oder man ist einfach so ein Overblown Und wird einfach nochmal 10 Milliarden Spieler Mit einer einzigen Kugel Einer p99 Einer p99 Einer p99 allgemein So wir brauchen fucking killcams in dem spiel sagte nimm das sieg noch und du hast hier alles ja 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 ich wollte es noch haben noch mal ja ja wir wissen noch fertig nein achtzig na zwei verweigerungen sind damit er gekriegt die vows von der der gebrand markt nächstes ding will ich auch haben einmal mit feuer und einmal solar und einmal lehrer ort ist okay ist mein spiel verlassen die spielersuche so würde mal kookien da haben da haben wir den shit erhalten soll doch mal gucken ja was habe ich denn was ist denn so feines präzise lehrer kids baller keine dunkelheit das ist das was ich hab nur besser damit wenn wir mal gebrauchen kojoten glück ich bin auf das frau ich jetzt mal kurz wissen habe ich einen kojoten schwarze irgendwo dran ich trage aber ich habe kein umhaltig benutzt würde okay ich mache den auch wieder rein ich doch mal gucken hier das ist fertig ich bin deine mutter sagen fünf alter man muss ja dann mit fähigkeiten geht zum eisenwander ich habe zwölf einmal granate und zweimal super zwei abgeschossene matches oh ein gewonnenes match ah nein ich habe noch ein gewonnenes match wo war denn hier oh es ist noch drei match oh mein gott also zu empfehle ich war vorher bei ich glaube 34 ne ich weiß gar nicht weil wie viel kick rates ich war oh nice noch 10 sigma verweigert oh ich bin fast fertig damit wie geil endlich yay so und zwei freude hier rein noch weil nein nein hier fertig oh mein beruf ist in den lang aufgeschrieben yes 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 was kriege ich denn kriegsbeute eisenrüstung gewährt drei tage des eisern wohnst yay ich habe immer die kriegsbeute nicht genug platz als ob mein inventar voll ist ja gut was war das hier überhaupt vor Ortpust oder was oh das muss ich noch nutzen was ist das hier achso äh will ich mal gucken wie gut ist denn die rüstung 340 ich habe schon die eisensager was mache ich denn besser handfeuer waffen ich höre das macht ihr echt klotz sexy oh handfeuer waffen oh ich liebe ja handfeuer waffen ne geil so jetzt mal noch kriegsbeute drei der münzen geil schmerzige rufwurse oh geil vollrufwurse aha reikt eisenzimmer geil und zwei seltsame münzen uh nicht genug platz nice umsänger runde ich will es nicht allein machen ach der schild was was soll das ok also ich bin dafür was heißt ich bin dafür ich mach kurz ne kleine pause so ich hatte meine pause doch mit der zweiten runde vorher schafft eisenbanner skyline meridian bucht mars ich muss mir die stürmer echt merken die ist gut eisenbanner vorherrschaft bravo team jetzt betont vorher warum das zu viert halte dich nicht zu meine gegner werden es auch nicht wir sind 4 gegen 5 wir haben einen grundsätzlichen nachteil ok leute in der gruppe bleiben ja jetzt den gegen ja nicht zu einfach machen ne also das wird jetzt hier auch hat man das am vortix ok so haha mein signum wir brauchen ich würde manchmal echt gehen wissen wie ich eigentlich schon mit nacken ich verlasse mich nicht auf meine schrubfläche ich habe im letzten match dazugelernt ich ich bin's doof da hoch zu springen ja ist klar ja mein radar hat ausgeschlagen ok ich geh an lang ich hab dir bruder sie mr humann noch hier und ein signum verweigert ja das ist ja schön habe ich ihn nein aber ich wurde gerecht sehr schön vielen dank dann 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 eine güte das noch einfach ich will ich habe in der sieg noch verweigert jetzt das ist gut für die mission auch wenn ihr meins eingenommen haben gefühlen sogar nein man ich bin gestorben ich bin gerespawned fuck die haben aufgeholt ich kann im eisenmann einfach meiner stoffe nicht vertrauen da die die aktiviert sind diese aktiviert stärkere waffen machen natürlich auch mehr schaden hat den grund jeder hat ein grundsätzliches leben und jetzt einer stärkere waffe hat er macht natürlich grundsätzlich auch mehr schaden in den normalen matcher sind nämlich die vorteile der deaktiviert das ist relativ vom vorteil da kann man auch also da kann man als so gesehen als level 1 er halt genauso gut ein level 40er platt machen aber ist halt nur was wie ja schön das interessiert mich grad scheißdreck ich vertraue jetzt doch noch mal auf meine schroflinte grundsätzlich mit meiner hecke rumlaufen hier also mit meinem schon gewehr hier von hecke hecke und köchler und nehmen wir auch noch meine schroflinte benutzen die so genau wo war war ok okay gut ich habe auch meine super das ist Ja, in der Luft, da wird Spitz und sein Sieg noch in der Luft holen. Okay, das war mir den Tod echt wert. Da hat der Typ locker nicht gerechnet. Vor allem bin ich einer der wenigen, der in PvP wirklich Köcher nutzt. Aber ich finde das einfach... Es ist einfach... Also in der Theorie ist es halt wirklich am besten. Weil bei der Fähigkeit Köcher beim Nachtpürscher kann man halt drei Pfeile schießen. Normalerweise kann man halt nur einschießen, so. Und da kann ich allerdings reich schießen, was natürlich schon mal mega von Vorteil ist. Ist das nicht seine Ernst? So holt er sich seine schwere Wolle? Ist das ein Drecks, Warlock? Dieser Hetzland-Wichser mit seiner Sturm-Tranx. Freu dich! Mann! Ich muss den Kriterien nicht auf 400 kriegen, ey! Und fucking Eisenbahn an meine Chance zu haben! Also, eine richtige Chance! Oh, also eine Unterstützung! Fair, yeah! Nope, nope! Oh, fuck! Ja, ich bin gemarkt! Hopi! Ist das mal da hoch hier? Das Siegung zu sichern ist entscheidend! Gute Arbeit! Ich hab... Ihr habt... Was? Komm schon! Okay, bei denen hat einer geliebt. Das ist jetzt ein faires Match. 4 gegen 4. Okay, Leute! Wir sehen das immer als die Prüfung von Osiris. Ne? Also, jeder verreckt. Wir verlieren. Beste Taktik. Boom, bitch! Das war, wie Sie nicht kommen sehen. Ihre Würde gehört dir. Nein! Was? Warum? Ich bringe mich um! Junge! Was soll das? Okay, pass rum! Ah! Ist der echt, ey? Okay! Okay, ich wurde gemarkt, ich wurde gemarkt. Wo ist denn die... Wo ist denn die Sau? Wer... Und dann bin ich von einem Sau erschossen! Was soll denn das? Okay, 15... Das ist relativ gut. Ich habe ich normalerweise erst am Ende des Matches. Ja gut. Ich bin mir schon wieder drin. Ich bin vollzeit spartaner, alter. Wieso lebe ich so... Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hatte die Schattenrolle drin. Das habe ich vollkommen vergessen. Ey, hätte ich mir das mal gemerkt, ne? Ey, ich hätte so viel Scheiße reißen können. Gebt mir ein Signal! Ich bin schneller als ein Bitch von meinem Team. Nur noch eine Minute. Guys! I need help! Help! Esor. Ähm... Rennen wir mal weiter. Einfach im Kreis. Wow, wow, wow. Also... Ist er weg? Ist das Sturmbespürer tot? Okay, ich bin tot! Oh mein Gott, ich habe die Führung gewonnen auf meinem Team. Krass! Es sind nur noch 10 Sekunden. Ja... Das... Das schaffen wir nicht mehr. Noch bevor der Tag endet, gewinnen wir deine Ehre zurück. Ja cool, ich habe einfach noch zwei Stück eingesammelt. Okay, ich habe mir eine Medaille des Eisens gekriegt. Naja... Gut. Aber wir konnten immerhin noch ein paar Punkte aufholen. Na, wie sieht es denn aus. Okay. Ja, 13 Signal. Und natürlich, weil ich total Bullshit! Obwohl... Der Tag ist auf... Was? Dieser Name. Na gut, also von der... Von der... Von Verteidigungswelle her ist er vielleicht gut. Den könnte ich nutzen, um mein... Äh... Ding ins Zug zu hauen. Mein Umhang. Das ist eine Idee. Ich habe sowieso abgelehnt. Ich kann gleich mein Umhang hochhauen. Ja, so wie ihr seht, der hat halt 360. Aber ich benutze denweil. Schmelztiegel. Ruf. Wird erhöht. Ja, komm her. So. Äh... Wann sollen wir... Ah, mein Geist. Mein russischer Geist. Guck dir... Guck dir euch an. Ich finde ihn... Ich finde ihn einfach so nice. Und... Ist er fast so bescheuert. Was haben wir denn hier? Intellekt erhöhen. Ernstlich, ich muss auf Stärke gehen. Ich muss einfach richtig hart auf Stärke. Also bei Niveau 400... Also bei... Dinger mit 400... Da... Da sollte man am Ende... Da haben... Dass man bei allen 3 300 hat so. Äh... Äh... Disziplin. Was hab ich denn bei dir? Stärke... Oh... Es ist... Es ist das 1, das ist Stärke erhöht. Und ich bin bei 113. Alter. Na, okay. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal bei der neuen Runde von Destiny PvP. Vielleicht Eisenbanner. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Na, ciao. Und auf Wiedersehen.